Hallo, ich bin Luan. Und ich bin Larissa. Und wir nehmen dich heute mit in unserem kaffmännischen Alltag bei der HGC. Da ich Fussball auf Leistungsebene spiele, war es mir wichtig, die Lehre mit dem Fussball zu kombinieren. Die HGC ermöglicht es mir, die Lehre mit dem Sport zu kombinieren. Während der Schnupperlehre habe ich herausgefunden, dass man alle halben Jahre die Abteilung wechselt und überall ein gutes Arbeitsklima herrscht. Zum einen habe ich mich für den Beruf entschieden, weil mein Mann auch das KV macht. Und ich so den Beruf ein bisschen kennenlernen durfte. Zum anderen, weil es immer wieder gute Weiterbildungsmöglichkeiten hat in diesem Beruf. Man kann nachher immer noch etwas komplett anderes machen. Es stehen einem dann sehr viele Türen offen mit diesem Abschluss. Und die HGC spezifisch habe ich spannend gefunden, weil es immer nur in der Baubranche tätig ist, was für mich ein recht spannender Aspekt ist. Und die Leute sind alle sehr freundlich, sehr offen, sehr gutes Arbeitsklima da. Für mich war das Highlight bis jetzt das Abteilung Personalwesen. Dort durfte ich sehr viel in Kontakt mit verschiedenen Leuten, mit verschiedenen Mitarbeitern. Und das Einführen von neuen Mitarbeitern habe ich bis jetzt am besten gefunden. Mir hat es am besten gefallen, weil ich etwas kreativer sein konnte und Aufträge erledigen konnte, wie zum Beispiel Flyer erstellen und auch Eventilladungen verschicken. Das ist mein Highlight aus der Marketing-Abteilung. Was auch noch recht cool ist, ist, dass wir eine Du-Kultur miteinander führen, Schulböcher werden gezahlt, es gibt eine Beteiligung an schulischen Sprachkursen, Nachhilfekursen und am Laptop für die Schule. Hast auch du Lust auf einen vielseitigen Alltag? Dann bewirb dich doch für das KV bei der HGC. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.